Gut, weiter. Einer? Was das denn? Naja, die anderen sind Spielen. Nicht mit uns. Ich habe eigentlich diese Blackwater-Cooktail eigentlich für völlig sinnfrei gehalten. Aber das ist mittlerweile besser als ein normaler Schuss. Der ist voll gut. Ah, guck mal, da vorne ist ein Händler. Der... Plus 10 Schaden. Das wäre gar nicht verkehrt. Ich ball es trotzdem erstmal. Okay, das ist Geschwindigkeit. Das ist echt schon schon. Oh, Scheiße. Oh, hierfür. Spielerstufe 14. Naja. Naja, das dauert noch. Naja, das geht schneller als ich denkst. Kann jetzt bei Schattengänge trotzdem die Punkte nicht wieder herstellen. Echt? Ja. Aber... Brauchen wir da vielleicht ein Typi dazu? Ich weiß auch nicht genau. Also, die schreiben überall, dass wir das irgendwie machen können. Hm. Muss ich mir mal angucken, glaube ich. Wenn nicht, müssen wir nochmal anfangen. Ich meine, mit der falschen Klasse, das kannst du ja vergessen. Nee, es wird schon gehen. Es wäre so ein Scheiße. Okay. Was war's? Konstitution 150. Okay. Ich war echt der Meinung, dass es Schattengänge war. Nee, das war okulist, glaube ich. Schattengänge macht keinen Sinn. Mit der Klasse. Wenn du eine Fan-Campfer spielen willst. Dann nehme ich mir jetzt einen schweren in die Hand. Mach halt. Äh, erst nach rechts? Oder? Nee, längst mal schon hier sind. Ist geil. Ist alles in der Feuer, wenn du das Ding machst. Das ist richtig böse. Mach doch ordentlich Bums. Äh, erst hoch dann. Oder wollen wir erst unten alles erforschen? Weil da fehlt ein riesen Teil unten. Ja, geh mal das mal runter. Du weißt, glaube ich, egal. Das finde ich in das richtig in Erinnerung mit. Ich glaube, wenn du das in die Löcher wirfst, kommt keiner mehr raus. Äh, doch, aber die sind gleich tot. Ja, das ist es. Nehmen wir die Höhle mit? Ja, vielleicht töten wir erst mal alle. Nein. Lass die doch noch ein bisschen leben. Die Armen. Guck mal, die fliegen. Alter, die ist durch den Bildschirm geflogen. Ja, das passiert öfters. Ich habe bei dem anderen so ein Ding, das heißt Rache. Da kommt so ein riesiger roter Blitzen, wenn der dann getroffen wird. Dann fliegen sie durch den ganzen Bildschirm. Okay. Das sieht geil aus. Na okay, und schon brauche ich wieder zwei Schuss pro Monster. Na komm, das schreit doch nach Geheimgang eigentlich. Komm nicht vorbei. Ich habe hier noch einen Deepf auf uns gemacht. Da oben noch. Warum droppen wir jetzt eigentlich immer noch weise Gegenstände? Das ist doch so. Naja. Die werden wahrscheinlich nicht aufhören. Das Problem ist, dass sie dauernd auszusehen einsammeln. Man kann einstellen, welchen Ding man aufsammelt. Ja? Wo? Irgendwo in den Optionen geht das. Das müssen wir uns nach einmal angucken. Ah, guck mal, hier ist ein Schrein. Sag doch was! Du hast gehört da ein Schrein. Einmal grün. Oh, Donnerbüchse habe ich. Oh! Mach mal raus! Warte. Lützschaden, Stromschlagschaden, ne? Das bringt mir nichts. Donnerbüchse! Mach! Ne, 56 Schaden, Minus pro Sekunde. Tja. Ne, du hast 2 an Waffe jetzt, oder? Ja, ja, ja. Aber ich habe... Die einen an die bringen mir auch nichts, weil ein Schild und eine eine an Waffe bringen wir, glaube ich, nichts, oder? Ne, das wäre es für Soldaten nehmen müssen. Genau, es wäre sinnvoller, wenn ich sowieso auf 2 an Waffe gehe. Ja. Ist das geil, ist das Feuer-Ding und dann das Blitz-Ding. Ah, war es das schon? Ah, nee. Ja. Ich sehe es kommen, denn am Ende ist es wie bei Diablo 3, wo man den Bildschirm am Ende gar nicht mehr sieht, vor lauter Effekten. Jetzt habe ich irgendein Scheiß-Weißes aufgesammelt. Ah! Ja. Mir fehlt irgendwie hier ein Boss-Monster. Oh, was cooles. Oh, Schrott. Sie enttäuschen nicht. Ein einziges Boss-Monster. Das war doch schon da, glaube ich, oder? Es ist nicht. Nein, gar nicht. So gut sind wir jetzt auch noch nicht. Doch. Ah, Beute-Filter. Ah! Unten links, neben deinem Lebensbalken, ist Beute-Filter. Ah, warte mal. Äh, Typ-Einhand-Nahkampf magisch. Ach, hier. Gewöhnlich weg. Magisch ist, glaube ich... Ach, doch. Magisch ist gelb. Selten ist grün. Monsterspezifisch ist... Stehen nur dabei. Episch ist blau. Legendär ist lila. Sets sind... Steht auch nicht dabei. Oh, ich hab... Äh... Ich leg dir da mal ne Einhand-Waffe in die grüne. Zwei Hand willst du ja... Du nimmst ein Hand. Mhm. Okay. 66-Rustung gegen 18-Rustung. Was ist das hier? Ich tue die Gelben auch schon wegmachen. Und Rüstung muss ich nachher mal draufmachen überall. Also diese Rüstungsteile, die kriegst du ja echt wie Sander am Meer. Äh... Ja, irgendwann hab ich diese normalen Sachen einfach nur noch verkauft, weil das einfach Blödsinn ist. Oder nicht mal eingesammelt auch teilweise. Oh. Wo sind wir jetzt gelandet? Ah! Okay, weiter hinten. An der einen Seite von der Hölle. Ja, weiter hinten. Oh, ich lauf falsch. Äh... Ist da rechts noch was, oder geht's da gar nicht weiter? Doch, da geht's weiter. Focky-Bank. Mhm. Focky, Focky. Hallo Monster. Ach, die begannst du dir mit der Gegenseite. Die sollen damit aufhören. Die klauen uns die Erfahrungspunkte. Oh, häusern. Ja schon. Oh, ich hab den Geheimgang entdeckt. Ah. Ja, den kenn ich noch. Gehör nicht. Hä? Was ist das denn ein Ding? My energy is low. Ja, sind die, äh, sind die Welten immer die gleichen? Also exakt die gleichen? Ja schon, ja. Okay. Also nicht random generiert zu wie bei Diablo beispielsweise. Ja, ich glaube es gibt da irgendwie freies Spiel, dann kann man das schon machen, aber... Ey, Ruhe. Ufe 12. Ähm, Notiz. Ah, diesmal verschwindet sie auch wieder. Ich hab nen Schlüssel. Tür? Oh, das seh ich nicht. Da stand ein seltsamer Schlüssel. Oh, da ist ne Quest. Das hört sich aber seltsam an. Ach, das ist der schon für... Ach, das ist der für das Kultistenversteck, wo ich schon gestorben bin. Cool, dann können wir mit den anderen was töten. Irgendwas muss ich doch für euch tun können. Fortfahren. Wer das finden. Was hier ist kein Geheimgang? Nöp. Ach, da ist ein Ruderboot. Dann fahr halt mal. Und dann geht's doch auch um. Geht's doch auch um. Dann kann man aber auch nach Boot fahren, ne? Ja. Ja. Hier ist ein Boot. Guck mal, und hier hinten, siehst du das hier hinten, da geht's weiter. Das ist ein Aufgang. Ja, wir kommen nicht rein. Hm. Mit deinem Schlüssel kannst du auch nichts anfangen. Ja, wir kommen nicht rein. Hm. Mit deinem Schlüssel kannst du auch nichts anfangen. Nö. Der Schlüssel ist wie ein anderes. Das weiß ich. Okay. Mysterie. Ah, guck mal hier. Meiner weigert sich die Leiter hoch zu gehen. Na dann. Oh, Schrott. Oh, wir müssen erst mal nach unten. Der geht's nicht durch. Er hält mich da oben. Etter Kristall. Wenn du ihn killst, bevor die Monster rauskommen, sterben alle Monster. Ah, okay. Kiste. Kiste. Runde, oder? Ah, Boss Monster? Ah ne, ist Äther Kristall. Sorry. Guck mal hier erst mal. Boah, dringend neue Waffen, ey. Also ein Boss. Ah. Bingo. Wird'n Hart. Wieso? Wieso? Wieso immer ich? Du bist der Nahkämpfer. Ich mach zu wenig Schaden. Hart's Amulett. Oh, warte mal. Ah ne, Schild willst du ja nicht. Ja. Oh, das ist aber... Das hat sehr viele Bonus. Ist das blau, oder was? Ne, grün, aber mit standhafter Wächter. Angeborene andere Bude. Spöttisches Gebrüll. Hast du noch nicht gesehen. Da drinnen ist noch eine Kiste. Toll. Okay. Das hat sich ja mal gelohnt. Äh. Okay, äh. Glaub nicht, dass wir da lang kommen, oder? Ja, auch runter und rechts. Ah. Schrott! Cool. Schon viel Schrott wieder. Ich habe diese komischen Halsketten fertig. Äh, Dito. Oh, noch eine. Ich weiß nicht, ob man den noch irgendwas für was anderes begraben, äh, nutzen kann. Gab es einen Schlussverkauf, so wie es aussieht. Nicht, du hast nicht verteilte Punkte, oh, ich habe nicht verteilte Punkte. Und hier oben ist noch ein Sternchen. Ah! Oh cool, hängt, ah ne, ich habe sogar gedacht, der hängt fest. Schi, wohin! nur schrott den haben wir auch für die und das sequester braucht schon wieder so als geht das gibt es noch nicht ach war ich das geld weiß jetzt ausgestattet sehe ich das gar nicht mehr nur wenn ich alt drücke mit alt kann das anzeigen lassen interessant cool ist wenn es irgendwann nur noch wieder anzeigen lassen da hast du auch glaube ich mal spielstunden zusammen ich hatte leider noch nichts liefern ist echt gar nicht das letzte ja gut alles seltenste aber trotzdem du war hast du auch level 20 oder sowas ja 22 rechts ist noch ein stern bei mir oh ja ah der letzte von den drei oh man oh der alter ist so schnell toll nur nur gelbe kacke dabei oh im full das geht noch ich habe irgendwas cooles gekriegt jetzt finde ich es nicht mehr äh bist du mit inventar auch so ziemlich voll ich müsste in die stadt ja nicht ganz aber von mir aus aber ich kann gar nichts mehr aufheben okay aber wir sind jetzt schon ja sind schon etwas weiter gekommen aber ich glaube wenn mit den dlcs und alles so spielt sie noch jahrelang mhm bist du jetzt in der stadt ja kann ich da die fähigkeitsbummel leider nicht wieder herstellen das ist ein bisschen nervig in der flamme naja wo bin ich denn jetzt ich habe mich verdrückt guck mal hier hier ja ich baute es nur ein oder zwei mal du musst mir das nicht ständig geben äh du kannst es doch haust dir doch auf die waffe drauf wir finden das zeug so oft dass du es eigentlich immer komplett durchskillen kannst das zeug sparen muss man nicht ich würde wenn ich die zeit finden würde würde ich es mir auch auf jede waffe drauf machen das zeug das ist schon wieder so eine notiz die nicht verschwinden will ich gebe dir einen guten preis und ich habe gewöhnt äh zweihand waffen habe ich gesagt bringt nichts bringt nichts umschlag schaden na toll wie wärs mit feuer schaden ich habe ein paar feuer sachen hier plus feuer schaden würde ich gerne nehmen wo bist denn du jetzt ich steh neben dir beim bei dem händler heini naja du verschwindest mir den gut und schlechter geht auch nicht ich habe es hinter dich gelegt danke den güttel hätte ich gerne auch stufe 14 bis hin zu 12 konstitution da behalte ich mein leben geist brauche keine sau blutungsschaden oh ah geist erforderlich 92 wirklich verarsche aber es ist ein guter benutzen aber es ist ein guter versenkende glut vielen dank ok ok ich packe das zeug echt gleich auf die rüstung plus 15 rüstungen ich habe dieses erbeutete rüstungsplan habe ich schon viermal mittlerweile fertig bist du wohl hä hast du noch diesen magnetstein mit dem blitz geht das nicht das hängen wir kriegen zwei ach die lassen sich stapeln ja klar du musst dir ja drei stapeln dass du eins kriegst ne die fertigen versenkende glut lässt sich stapeln echt ja ok kann ich das hier irgendwie bist du sicher ja ja ich kann die aufeinander legen bei mir in der kiste in der kiste geht es zumindest wenn die fertig sind aufeinander legen aber ich packe jetzt mal alles zu rein und hier das glaube ich offline das ist sinnvoller slip halskette fünf stück notizen die nicht verschwinden wollen hier 33 schaden das ist doch sehr schön plus 33 schaden da packen wir jetzt noch das ding drauf dann sind wir bei 41 schaden plus läuft ah au wir haben noch mehr quists fertig bedauer rollenverlust hast du zufälligerweise schon einen gefunden bei dem man sich umskillen kann nein hochgegrinzelte notiz liegt hier in der ecke rum so diese erderkristalle hier das bei dem abzugeben ich hab sechs stück ja wo komm mal zu mir äh äh wo bist du ach so dahinten der grüne rum hier sind sie ich fühle mich stärker ja werde die augen offen halten ein fähigkeitsruf herzlichen dank schattenklinge ich will meine schattenklinge los werden muss ja irgendwie gehen hier ich kenne nur die letzte punkten widerruhen kann nur die letzte punkten widerruhen können nur die letzte punkten widerruhnen er durchkraust Basis